Naja, wenn es denn eine war, eine Magie. Heute vor 80 Jahren gab es den letzten Hexenprozess in Großbritannien. Und zwar mit einem Paragraphen aus dem Jahre 1735. Vor Gericht stand eine schottische Hausfrau, eine Frau, die sich für ein Medium hielt, viele andere hielten sie auch dafür, ihr Name Helen Duncan. Die könnte so eine weiße Stofflichkeit aus ihrem Mund austreten lassen. Davon gibt es Fotos im Netz, wo man heute sagen würde, oh, was für ein billiger Fake. Trotzdem wurde es einigen ziemlich mulmig im Gedanken an sie. Birgit Sagemann erinnert jetzt dem heutigen Stichtag. Ihre Seancen sind sorgfältig inszeniert und ihre Bewunderer fest davon überzeugt, dass Helen Duncan tatsächlich übersinnliche Gaben besitzt und mit den Geistern verstorbener Kontakt aufnehmen kann. Der Höhepunkt der Sitzungen, Helen Duncans angebliche Fähigkeit, sogenanntes Ektoplasma zu produzieren. Eine weißliche Substanz, die die Form der gerufenen Geister annimmt. Tatsächlich aber ist es wohl mit Eiweiß getränkter Mull, den Duncan während der Seance hochwirkt. Es ist ein einträgliches Geschäft mit der Hoffnung. Zu ihren Seancen kommen Menschen aller Schichten und Altersgruppen. Menschen, die sich danach sehnen, noch einmal Kontakt zu verstorbenen Angehörigen zu haben. Helen Duncan bedient diese Sehnsucht. Doch bei einer Seance im Januar 1944 wird sie in Portsmouth verhaftet und zwei Monate später in London vor Gericht gestellt. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie eine Art Beschwörung durchgeführt hätten, die den Anschein erwecken sollte, Geister verstorbener Personen seien anwesend, im Widerspruch zu Abschnitt 4 des Hexengesetzes von 1735. Warum die Anklage auf ein über 200 Jahre altes Gesetz zurückgreift? Man wollte Duncan aus dem Weg haben, weil sie eine Gefahr darstellte, erzählt der frühere Polizeipräsident von Portsmouth, Arthur West, Jahrzehnte später in einer Radiodokumentation der BBC. Das Gesetz, nachdem im 20. Jahrhundert Anklagen in Zusammenhang mit Wahrsagerei und Spiritismus erfolgen, sieht im Fall eines Schuldspruchs nur eine Geldstrafe vor. Für den Verstoß gegen den Witchcraft Act von 1735 dagegen droht Gefängnis. Also sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft, wir nehmen das Gesetz gegen Hexerei, es ist zwar alt, aber es deckt ab, was wir wollen. Und das haben wir dann genommen. Ins Visier der Behörden geraten war Duncan, weil bei einer ihrer Seancen angeblich der Geist eines toten Matrosen der HMS Barham erschien. Das Schlachtschiff der Royal Navy mit 861 Mann an Bord war von einem deutschen U-Boot versenkt worden. Aber das war zu dem Zeitpunkt noch streng geheim. Entsprechend nervös reagiert der britische Geheimdienst, zumal Duncan auch noch den Untergang eines anderen Kriegsschiffes öffentlich macht. 1944, als die Vorbereitungen für die Invasion der Alliierten in der Normandie laufen, wird das Medium aus dem Verkehr gezogen. Der Prozess im Strafgerichtshof Old Bailey ist ein Medienereignis. Der Verteidiger, selbst ein überzeugter Spiritist, lässt 45 Zeugen für seine Mandantin aussagen. Sein Angebot, Duncan live bei einer Seance im Gerichtssaal ihre übernatürlichen Kräfte demonstrieren zu lassen, lehnt der Richter ab. Sehr zur Enttäuschung vieler, darunter auch Henry Elam, damals als junger Staatsanwalt Teil der Anklagevertretung. Ich war etwas enttäuscht, weil ich es so gern sehen wollte. Aber der Richter sagte, nein, ich werde nicht zulassen, dass dieses Gericht in einen Zirkus verwandelt wird. Helen Duncan wird schuldig gesprochen und zu neun Monaten Haft verurteilt. Nach sechs Monaten kommt sie vorzeitig frei. Sie war sehr verbittert darüber, dass man ihr nie die Chance gegeben hatte, zu beweisen, dass sie die Gabe besaß. Erinnert sich ihre Tochter Gina. Das Gefängnis bedeutet für Duncan aber keineswegs das Ende ihrer Karriere als Medium. Zurück in der Freiheit praktiziert sie weiter. Heute, vor 80 Jahren, wurde sie verhaftet, wegen des Vorwurfs, den Glauben an Hexerei zu betrügerischen Zwecken ausgenutzt zu haben. Ich werde mich überleuern aber annahen, wenn er ein Stb Beachreg lidt sein gehört. dannordum mère Если wir da werden. mutter ihr an Hexerei zu betrachten. Nach vermuta Field,